Moin, ich bin Kai von Kalles Angelshop. Wir haben heute zu Gast Guillaume von der Firma Dele Lande. Moin. Wir wollen euch heute einmal zeigen, die wichtigsten Knoten, die wir beim Angeln brauchen. Es ist nicht viel, was man da an Knoten braucht, aber man sollte schon einige Basisknoten können. Die wichtigsten Dinge sind ja einmal irgendwelche Ösen anbinden, wie Ösenhaken, wie Wirbel, Dickköpfe, Snaps, all solche Geschichten müssen vernünftig an die Hauptschnur angeboten werden, damit das anständig hält. Die Köder-Hauptschnurverbindung muss einfach sitzen, muss halten. Starten tue ich einmal jetzt hier mit einem ganz normalen Knoten für Ösen, für Wirbel, für Ösenhaken. Wenn wir jetzt eine Monophilie-Schnur haben, wir zeigen euch das heute mal hier mit so einem richtigen Band, damit ihr das auch anständig sehen könnt. Wenn wir das nämlich jetzt mit unseren dünnen, geflochtenen Schnüren oder mit den Fluorcarbon-Schnüren machen würden, würde man, glaube ich, nicht viel sehen auf der anderen Seite. Der Ring, der simuliert jetzt unseren Wirbel. Diese dicke Leine ist unsere Hauptschnur. Wir haben jetzt die dicke Leine genommen, damit ihr das besser sehen könnt. Normalerweise würden wir das mit einer geflochtenen Angehilf-Schnur machen oder mit einer Monophil-Schnur. Die Schnüre ziehen auch deutlich besser stramm nachher, die Monophil-Schnüre, aber wir zeigen das einmal mit ihr, damit ihr es besser sehen könnt. Die Hauptschnur einmal durchstecken, ein Stückchen rausziehen. Jetzt ist es wichtig, dass man den Wirbel festhält, dass er sich nicht drehen kann, weil sonst würde er, wenn ich diese Schnur jetzt um die Hauptschnur rumwickele, wieder zurückdrehen und ich komme nie ans Ziel. Jetzt bei der normalen Monophil-Schnur würde ich hier jetzt sechs bis sieben mal rumwickeln. Das kann ich mit dieser dicken Schnur nicht vernünftig machen, weil ich sie nachher nicht mehr stramm gezogen kriege. Deswegen jetzt einmal nur zum Zeigen, wickeln wir das halt dreimal rum. Wie gesagt, mit der richtigen Angelschnur nachher sechs bis sieben mal rumwickeln. Dann das rumgewickelte Ende durch die entstandene Öse wieder durchschieben. Nicht zu kurz nehmen, damit ihr auch anständig stramm ziehen könnt. Und jetzt ist es wichtig, nicht an dem Ende stramm ziehen, weil dann wird der Knoten schief und krumm und ist nicht richtig stramm gezogen. Wir ziehen daher an der oberen Leine stramm. Und zwar verlünftig stramm ziehen, das überflüssige Ende wird näher abgeschnitten, aber so sieht das näher aus. Und wie das näher mit der Monophil-Schnur aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Schnur durch die Öse, ein Stückchen rausziehen, den Wirbel anständig festhalten, weil der dreht sich jetzt nicht. Festhalten, dass er sich nicht drehen kann. Dieses Ende Schnur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechsmal rumwickeln. Das rumgewickelte Ende in die entstandene Öse rein. Jetzt nur am Wirbel festhalten, einmal anfeuchten. Jetzt beim Ziehen habe ich das oftmals schon gesehen, dass die Leute einfach nur die Schnur in die Hand nehmen und das versuchen jetzt stramm zu ziehen. Und dann rutschen einfach immer nur die Schnur hoch und kriegen das gar nicht vernünftig stramm. Deswegen ruhig eins, zwei Mal um die Hand wickeln, Wirbel gut festhalten und ordentlich stramm ziehen. Das überflüssige Ende ein bisschen abschneiden. Ein ganz kleines Stückchen kann stehen bleiben, falls er es doch nochmal ein bisschen nachziehen sollte. So sieht das Ganze aus. Das war jetzt gerade der Knoten, den ich überwiegend für Monophil-Schnüre verwende. Für geflochene Schnüre nehme ich einen ähnlichen, der ist leicht abgewandelt. Den zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar, so wie eben gerade auch, die Hauptschnur, den Wirbel, die Schnur einmal durch. Nur bei der geflochtenen gehe ich zweimal durch. Und lasse die Schlaufe hier offen. Jetzt würde ich die geflochtene Schnur ungefähr zehn, elf Mal hier rumwickeln. Das schaffe ich mit diesem dicken, relativ raum Band nicht. Deswegen machen wir es einmal wieder nur dreimal. Und gehe dann mit dem rumgewickelten Ende durch beide Ösen durch. Und genauso wieder stramm ziehen wie bei der anderen auch. An dem oberen Ende ein bisschen nachschieben bei dem dicken Zeugs. So sieht das denn aus. Dann habe ich hier unten das doppelt rum. Das hält bei der geflochtenen Schnur deutlich besser, als wenn ich nur einmal unten rumgehen würde. Das zeigen wir euch jetzt noch einmal mit der originalen geflochtenen Angelschnur, wie es in Realität aussieht. Und auch einmal durch. Und wie gesagt, hier gehe ich ein zweites Mal durch. Lasse die Schlaufe offen stehen. Einfach Finger reinstecken, damit das nicht so schnell zuziehen kann. Und ein bisschen Band, damit ich da Spannung drauf habe. Am besten die Schnur ein bisschen um die Hand wickeln, damit ich ein bisschen Spannung kriege. Und das Ende jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und einen oben drauf noch. Die ganze Entwicklung schön nebeneinander legen, damit ich auch anständig stramm ziehen kann. Wenn das alles auf einen Haufen gewickelt ist, habe ich wieder Schwierigkeiten, das gleichmäßig stramm zu ziehen. Und es entstehen Unebenheiten und der Knoten hält dann auch nicht mehr so gut. Und jetzt gehe ich mit dem rumgewickelten Ende durch beide übereinander liegenden Ösen. Ziehe ein bisschen raus. Und ziehen die Schnur wieder ein paar Mal um die Hand wickeln, damit die nicht durchrutscht. Oben langsam stramm ziehen. Unten kann ich teilweise ein bisschen nachziehen, weil die geflochtenen Schnur nicht ganz so gut durchrutscht. Dass ich nur die lose rausziehe. Nicht stramm ziehen an einem unteren Ende, sondern nur die lose rausnehmen. Jetzt vernünftig stramm ziehen. Hand wieder auswickeln. Das überflüssige Ende abschneiden. Jetzt ist er sauber angeboten. Eine schöne gleichmäßige Verbindung, die gut hält. Diese Knoten habe ich auch lange gemacht. Und ich habe auch eine Variante, die ich benutze für Fluorocarbon, aber auch für die Lippflossen-Schnur. Also ich komme durch hier. Dann mache ich eine Schlaufe hier. Ich komme normalerweise viermal durch, aber heute nur dreimal zum Zeigen. So sieht das aus. Ganz einfach, ganz schnell. Und das ist das Wichtigste beim Angeln. Ich zeige euch jetzt mit einem richtigen Fluorocarbon. Als Kind haben wir ja viele Sachen mal ausprobiert. Da gab es ja alle möglichen Sorten an Knoten, wie man einen Wirbel anbinden kann. Und das musste ja auch immer cool aussehen. Und wer den schwersten Knoten konnte, der war natürlich der coolste Angler. Aber irgendwann sind wir dann auch mal auf die Idee gekommen, was halten die Knoten überhaupt. Da haben wir eine ganz normale Zugwaage genommen. Die verschiedenen Knoten gemacht und mit der Zugwaage mal gezogen, wie viel hält dieser Knoten hier überhaupt noch. Und da sind wir wirklich zum Ergebnis gekommen, dass dieser ganz normale Clinch-Knoten, den wir euch eben gerade gezeigt haben, eigentlich die höchste Haltekraft hat mit dem wenigsten Aufwand. Und das wollen wir doch beim Angeln eigentlich. Wenig Aufwand mit viel Erfolg. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch viel Erfolg mit euren selbstgebundenen Knoten. Wenig Hänger, viele Fische im Boot oder im Kescher. Daumen hoch, vielen Dank für euer Zuschauen. Folgt uns auf Instagram und Facebook oder kommt bei uns im Laden vorbei. Danke, bis später. Tschüss. Tschüss.